Dann machen wir die Pics für heute. Vielleicht kann Alex anfangen. Sehr gerne sogar. Ich habe eine elektrische Luftpumpe von Basti mal empfohlen bekommen, vor vielen, vielen Jahren. Von Xiaomi war die. Und das war so ein kleiner Kompressor, sieht aus wie ein Vorhängeschloss, ein bisschen dicker. Nichts unbedingt, was man im Rucksack immer dabei haben möchte, aber man kann es dabei haben. Und die hat super Dienste geleistet. Und die hat angefangen, ein bisschen so rumzuspinnen. Die startet sich nämlich, indem man dieses kleine Kabel, was so wie das Vorhängeschloss aussieht, einfach rauszieht. Und dann wird das erkannt und dann startet das Gerät und dann schraubt man das an den Fahrrad dran, dieser kleine Schlauch dran. Und das hat so ein bisschen gesponnen. Und nach vielen Jahren und einem auch leicht abgenutzten Micro-USB-Anschluss, der da unten dran war, habe ich mich entschieden, die zweite Generation zu kaufen, des gleichen Kompressors, einfach in Version 2 von Xiaomi. Sieht so aus, ja, Timo zeigt es auch im Bild, also ist so ein kleiner Knüppel, sieht halt so ein bisschen so Vorhängeschloss mäßig aus und macht halt viele Sachen besser, die die erste Generation, die gesagt schon ein paar Jahre alt ist, noch so einen Fehler mitgebracht hat. Hat jetzt USB-C beispielsweise, ist so ein bisschen schneller, hat mehr Druck. Ist er denn noch lauter als der andere? Ich mache ihn mal nicht an jetzt hier, das würde dir in der Nachbereitung vom Audio wahrscheinlich Kopfschmerzen bereiten. Der ist auch laut, also ist auch laut. Und ich würde, Sie werben so ein bisschen damit, Autoreifen aufpumpen zu wollen, ich weiß, würde ich nicht jetzt machen. Das geht. Ich habe es probiert. Es geht, glaube ich dir sofort. Es dauert acht Minuten. Sie bieten halt mehr Anschlüsse für Fahrräder und für beispielsweise so hier so für Bälle und so weiter kannst du damit aufpumpen. Also es ist so eine typische Fahrradpumpe, Luftpumpe, so ein Kompressor, den du zu Hause dir irgendwo in Schuppen hängst oder irgendwie rausholst, wenn deine Fahrräder aufgepumpt werden müssen. Dafür ist zum Beispiel mein Hauptanwendungsfall. Also ich gehe halt einmal rum, bevor wir irgendwie Fahrradtouren machen und der Akku halt ewig, 20.000 mAh sind da, glaube ich, 2.000, 2.000 mAh sind da drin. Also so kurz wie da irgendwie Luft in so einem Fahrradreifen, also es reicht völlig, muss man sagen. Und es ist nett, also es ist wirklich nichts Weltbewegendes. Es hat so ein kleines Display, zeigt dir an, wie viel, weißt du, Luftdruck da schon irgendwie drin ist und es gibt verschiedene Modi. Da kannst du irgendwie sagen, ja, hier, das ist ein Fahrrad, das ist ein Basketball etc. Macht echt nichts anderes als das alte Modell. Aber ich war so zufrieden mit dem alten Modell und das ist jetzt halt USB-C und alles so ein bisschen modern und zuverlässig. Also funktioniert wieder zuverlässig, indem man einfach hier dieses, das Kabel zieht und dann springt die Anzeige, die sehr lustig im Video aussieht. Auf und zeigt dir halt irgendwie den Batteriestand etc. an und tut seinen Job einfach. Und wie gesagt, ist nicht super klein. Also so Profi-Radsportler, die hier auch im Podcast sitzen, die werden das, für die ist es vielleicht nichts zu mitnehmen, weil es dann doch schwer ist. Ich weiß gar nicht, wie schwer ist es? 500 Gramm. Also es ist jetzt nichts, was du irgendwie dabei haben möchtest, meines Erachtens. Aber halt perfekt für so Familie, Fahrräder müssen aufgepumpt werden etc. Ja, der Golf, der hat mich irgendwann voll gejault, seine Reifen wären irgendwie, Luftdruck stimmt nicht und so weiter. Und dann kannst du halt mit dem Ding auch mal einmal rumgehen und checken. Und es hat natürlich gestimmt und es war völlig in Ordnung. Und da könntest du auch, ich meine, Reifen von leer auf voll aufpumpen, da hast du wahrscheinlich, also Autoreifen mit dem Ding nicht so viel Freude, aber so ein paar Komma irgendwas ausgleichen oder wenn er rumheult, das geht damit schon auch. Also ist vielleicht auch was, was du im Auto dabei haben möchtest, kann natürlich auch echt einfach sein. Und ja, also ist echt sehr unspektakulär, aber auch für mich eine Empfehlung einfach, weil es halt so zuverlässig funktioniert. Und wie gesagt, der alte, den habe ich, der hatte dann irgendwie, also dieses Einstecken, was das Gerät startet, das funktioniert halt nicht mehr zuverlässig. Und ich dachte, das liegt vielleicht am Aufladen. Letztendlich jetzt irgendwie, nachdem ich den bestellt hatte, wie das so immer ist, dann geht er wieder, weißt du? Jetzt habe ich zwei so ein bisschen. Mal gucken, wie, wann er wieder den Geist aufgibt. Aber jetzt habe ich ein zuverlässiges Gerät und es kostet, das muss man ja auch mal sagen, irgendwie irgendwas zwischen 30 und 45 Euro. Der ist ja gern immer mal wieder in irgendwelchen Angeboten zu haben für echt überschaubares Geld. Also das ist schon einfach ein gutes Ding. Das ist so. Und dann für diese Situation ist es halt essentiell, wenn du dann irgendwie vier Familienfahrräder hast und fängst dann mit deiner Lufthandpumpe an und so weiter, ist halt nicht so spannend. Und ja, also ich finde den Preis einfach echt sehr, sehr okay, muss man sagen. Und die Akkulaufzeit reicht, wie gesagt, völlig für den normalen Bedarf. Und ist cool. Einfach ist halt laut dann für die paar Sekunden, die das braucht, aber zeigt dir halt auch an. Und lässt sich halt leicht einschrauben mit diesen ganzen Adaptern. Es kommt so eine kleine Tasche dazu. Der muss jetzt nicht wirklich geschützt werden oder so. Also da geht nichts kaputt dran oder so. Der hat schon so ein paar Bodenstürze und so weiter ausgehalten. Der Chat fragt, was machen die verschiedenen Modi beim Kompressor? Soweit ich das gesehen habe, eigentlich nichts. Die stellen manchmal die Einheit um. Ja. Und so einen gewissen Satz von Werten, sodass du halt dein Basketball nicht auf 20 Bar aufpustest. Genau, genau. Schaltest du mehr oder weniger um zwischen Fahrrad und Auto zum Beispiel. Fahrrad macht er immer PSI statt Bar, weil wer würde beim Fahrrad schon Bar benutzen? Und dann im Auto macht er halt Bar. Und ich weiß gar nicht, ob das dritte wirklich Ball war. Das kann gut sein. Ja, also ich link den mal oder ihr wartet auf ein Angebot und dann könnt ihr das mal klicken. Es ist sehr laut. Und du kriegst halt nicht, also der bewegt keine großen Mengen von Luft. Also irgendwie für Schlauchboot und so ist es wahrscheinlich nicht. Nee, 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 würde ich auch nicht sagen. Auch die Aufsätze und so weiter, das kann dann eventuell einfach nicht passen. Aber das, was mitkommt, ist halt genau für den Anführungsfall halt Fahrrad. Ich meine, One-Wheel natürlich, Basketbälle, Fußbälle, solche kleinen Geschichten. Ich meine, die werden dann mit einem Autoreifel in acht Minuten aufzupumpen. Aber acht Minuten vor diesem lauten Ding zu sitzen, ist auch eine Herausforderung, muss ich sagen. Aber USB-C ist halt nett, weil es halt, weißt du, ist halt vorhanden. Und was sagen sie, drei Stunden, glaube ich, dann ist er auch komplett aufgeladen wieder. Aber das machst du so selten, wenn du einfach nur Fahrräder aufpumpst. Also das ist sehr akzeptabel. Also ich meine, als wir das letzte Mal über diesen Pick gesprochen haben, wurde da schon die Sinnfrage aufgeworfen. Weil ich meine... Bestimmt. Weil ich meine, ich komme mit diesem Produkt nicht hundert Prozent klar, muss ich sagen. Also ich meine, warum? Also ich meine, wofür brauche ich ein Produkt, in dem ein Akku drin steckt, das ich aufladen muss, das irgendwie Lärm macht wie Sau, soweit ich das jetzt rausgehört habe, wenn ich mich einfach hinstellen kann und halt eine anständige Standluftpumpe benutze und halt Fahrräder in einer Sekunde aufgepumpt habe. Und zwar so zehn Fahrräder. Die selbe Frage könntest du ja bei Autos versus Fahrrad auch stellen. Das eine ist, es macht Lärm. Du musst immer da irgendwelche Flüssigkeiten oder Elektroalität reingießen. Und das Fahrrad setzt sich einfach drauf. Du meinst jetzt Auto versus Fahrrad generell als Komfort. Bei mir ist es halt dieses Komplettpaket auch, dass du ein Gerät hast, was für alle meine Bedürfnisse Luft in Sachen reinpumpt. Also ich muss zum Beispiel diese... Du hast dieses kleine Säcklein, nicht wahr? Und da sind alle Adapter drin, die mich betreffen. Egal welches Fahrradventil du hast, egal welchen Fußball oder... Diese Kinderbälle haben nochmal so andere, weißt du, diese... Ja, 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 ja. Aber das kriegst du bei einer richtigen Stehluftpumpe auch mit. Also das Adapter lasse ich nicht gelten. Ja, aber Stehluftpumpe... Das Argument lasse ich nicht gelten. Bei Stehluftpumpe brauchst du halt einen ganzen Schuppen irgendwie, weil der so groß ist. Hier, handgroß, handgroß. Und kein Stress mit irgendwie, dass du irgendwie, weißt du, Stehluftpumpe musst du halt wirklich stellen oder musst du pumpen, dann musst du wieder dich bücken, dann musst du wieder abschrauben und so weiter. Das ist zu viel Umstand. Dann musst du ja einen Knopf drücken. Und ich müsste... Und du wirst... Ich meine, Stehluftpumpe hat auch diese Anzeige, glaube ich. Ja, ja. Das zeige ich dir, wie das... Hier ist die halt irgendwie digital. Und man hat... Die Analoge Anzeige ist sehr schick. Ja, das glaube ich... Sehr ungenau. Kann ich dir auch bestätigen. Ja, das ist... Das gebe ich mir nicht sofort ein. Also, mal fernhaft, ne? Ich habe so eine Air Tower rumstehen, Stehluftpumpe, und pumpe damit das Rad auf. Und ich weiß, wie viel Bar ich gerne in welchem Rad hätte. Am Schluss nehme ich sie dann runter und habe ich von Schwalbe so ein kleines digitales Druckmessgerät. Das halte ich dann nochmal hin und pumpe dann nochmal nach. Oder lass was ab. Weil das, was dieses Manometer anzeigt, ist halt einfach ausgedacht. Und das macht das Ding schon relativ präzise, muss man sagen. Und, also bei einer Stehluftpumpe hast du den Vorteil, wenn du... Den Nachteil, wenn du in der Früh, also angenommen, du möchtest um halb sechs in der Früh einen größeren Radturm machen und nochmal schnell das Rad aufpumpen und du nutzt die Stehluftpumpe, dann sind ja danach die Nachbarn nicht wach. Das ist ja Quatsch. Also wenn, dann willst du ja, dass die Nachbarn mit aufwachen, mit du fährst. Und ich meine, ich habe, also nur um das Argument einfach mal gegen Leo vorzutragen, auch wenn es mich nicht betrifft, ja. Diese Handgröße, die kannst du halt dabei haben. Die kannst du tatsächlich, auch wenn ich es nicht mache, aber ich hatte so ein paar Fahrräder, die haben sich so auch wahrscheinlich aus, weil ich die falsch, weißt du, montiert habe, haben die sich einfach mit Luft verabschiedet und so weiter. Und dann war es eine gewisse Sicherheit, diese Luftpumpe mitzunehmen, wohingegen du eine Standluftpumpe sicherlich nicht mitnimmst. Dann bist du wieder in der Diskussion, okay, dann brauchst du so eine kleine, was ich auch habe, muss ich sagen, aber dann fängt es ja, dann wird es anstrengend so ein bisschen. Und wie gesagt, also die, wenn wir hier irgendwie fahren und wir haben so zwei, drei Wonky-Räder, die da irgendwie Luft verlieren, weißt du, dann hast du die dabei und dann tut es keinem weh. Ja, ist schon ein Argument. Nee, ich sehe, ich sehe es bei dem Ding schon auch irgendwie, aber irgendwas in mir sträubt sich auch sehr stark dagegen. Aber ich kann, ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du so ein Auto hast ohne Ersatzreifen und du hast so ein Reparaturset, wo du so irgendwie Gummi reinpumpst. Ist dann deine Pumpe dabei immer zwangsläufig oder musst du die auch selbst mitbringen? Weil für sowas zum Beispiel auch. Da könnten ja zumindest irgendwelche Kartuschen dabei sein. Und da einfach Baustoff reinzupumpen, zumindest so zwei, dreimal, ja, ja. Okay. Ja, diese Pannensätze sind mir auch nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Es ist ja inzwischen häufig anzutreffen, dass du da einfach, auch überhört, ich letztens auch im Mietwagen war, aber froh da drum, weil nämlich dann der Mietwagen war, das habe ich noch gar nicht erzählt, das ist eigentlich was für die Post-Show, erzähle ich später. Okay, gut. So, noch vielleicht einen kurzen Cliffhanger, um das abzurunden, wer jetzt sagt, die ist ja, das ist viel zu groß, viel zu schwer, aber Handluftpumpe und weiß ich nicht was. Und Cliffhanger für nächstes Mal, verspreche ich, und um Leo noch ein bisschen wütender zu machen. Wir reden nächstes Mal über Nachfolge, eine Nachfolgeoption, die es da noch gibt. Genau. Wahrscheinlich, wo man viel mehr Geld ausgeben kann dafür, oder? Weil da war ich jetzt zum Beispiel nicht bereit. Ja, nee. Also ja auch, aber ja, nee. Aber mit Einschränkungen, aber auch nicht. Okay. Lass mal so stehen. Ich sehe jetzt schon Leo, wie er wütend wird. Schalten Sie nächste Woche wieder ein.